Hallo liebe Toko-Freunde! Schön, dass Sie sich wieder hineingeklickt haben. Gerade bei sehr kalten Temperaturen haben viele Langläufer oft Schwierigkeiten, einen schnellen Ski zu präparieren. Wir zeigen Ihnen in diesem Video, wie Sie mit dem X-Cold Powder das Optimum aus Ihrem Ski herausholen können. Dazu verwenden Sie folgende Produkte. HF Blue oder LF Blue Hot Wax X-Cold Powder. Ihr Ski ist bereits mit einer HF Blue oder LF Blue Wachsung versehen worden. Streuen Sie nun X-Cold Powder auf den eingewachsten Ski. Mit dem auf 150 Grad Celsius eingestellten Bügeleisen wird nun das Powder zunächst in die Wachsschicht eingebügelt. Heben Sie das Eisen zu Beginn leicht an, damit das Pulver nicht weggeschoben wird. Ist es dann mit der Wachsschicht verbunden, wachst man wie üblich beim Heißwachsen ein. Sechs bis acht Passagen braucht es, da wir hier ein sehr hartes Wachs einbügeln. Solange Sie eine dicke Schicht zwischen Bügeleisensohle und dem Belag haben, besteht grundsätzlich keine Gefahr von Belagsverbrennungen. Aller werden die Wachsicht izquierd erstellt, in diesem Video nach this 같아요. Untertitelung des ZDF, 2020